In meinen Träumen war das so, dass ich mich verabschiede mit einem Pokal und deswegen war ich auch so happy. Die Krönung einer langen und erfolgreichen Karriere. Lukas Piszczek gewinnt mit Borussia Dortmund wenige Tage vor seinem 36. Geburtstag noch einmal den DFB-Pokal. Vor der Saison, wenn ich den Vertrag verlängert hatte, habe ich schon gesagt, ich würde mich gerne mit einem Trophäe mit Dortmund verabschieden. Und die Krönung war das Pokal in Berlin und Leipzig, leider ohne Fans. Es ist das vorletzte Pflichtspiel des Fußballprofis Lukas Piszczek. Zum ersten Mal seit 2008 wird das Pokalfinale vor dem letzten Bundesligaspieltag ausgetragen. Die Corona-Pandemie verpasst dem Berliner Olympiastadion am Donnerstag von Christi Himmelfahrt Geisterspiel-Atmosphäre. Aber auf dem Rasen geht mit dem Anpfiff die schwarz-gelbe Post ab. Das Tor von Jadon ist einfach Qualität mit seinem Abschluss. Schon wieder erliebt mit seiner Körperqualität, welche er beim Abschluss hat. Er kann sich schon durchsetzen bei solchen Aktionen. Aber wir waren sehr stabil defensiv. Und das war auch der Schlüssel, dass wir das Spiel am Ende so hoch verdient gewonnen haben. Ich habe das Spiel oft gut gelesen, konnte ich die Bälle schnappen und dann die Angriffe von Leipzig knacken. Marco kann solche Situationen gut lesen, kann den Ball sehr gut ablegen bei Jadon. Und Jadon, der ist immer frisch beim Ball. Und so geht der BVB tatsächlich mit einer 3-0-Führung in die Pause. Das Tor ist auch schön und schwer für Roman, weil mehrere Spieler auf der Sicht stehen. Die zweite Halbzeit, die müssen Druck machen, weil wenn die 3-0 verlieren, musst du voll im Risiko gehen. Nach dem 4. Tor bin ich auf dem Platz gekniet und da habe ich schon gemerkt, wie die Emotionen hochkommen. Nach dem Spiel war das einfach vorbei und ich wusste, dass ich das, was ich möchte, für was ich gekämpft habe. Die ganze Zeit und mit der schwierigen Saison auch so etwas zu erleben konnte ich mir das nicht besser vorstellen. Nach zwei Meisterschaften gewinnt Piszczek in seinem sechsten Finale mit Borussia Dortmund zum dritten Mal den DFB-Pokal. Also eigentlich jeder Titel, den ich bei BVB gewonnen habe, war echt schön, aber ich wusste, wie gesagt, das ist mein Letztes. Und in meinen Träumen war das so, dass ich mich mit einem Pokal verabschiede und deswegen war ich auch so happy. Als Prototyp eines von allen geschätzten Teamplayers trägt er bei der Pokalübergabe das Shirt von seinem Kumpel Marcel Schmelzer. Eigentlich sollte ich da mehrere Trikots haben, Matteo Morey war verletzt lang, Axel Witzel war raus, dann Axel Zagadou und dass ich eigentlich mit Schmelzer auch sehr viel, sehr lange Zeit in Dortmund verbringen habe, habe ich mich entschieden, ihn auch ein bisschen so unterstützen bei seiner schweren Zeit, weil er hat schon gelitten in dieser Zeit. Wenn dann am Ende alles passt wie gemalt, kann es auch der ansonsten eher ruhige Pole mal so richtig krachen lassen. Ja, ich wollte mich einfach freuen. Ich war, wie gesagt, das war mein Ziel, das Ziel war erreicht und nach dem Ziel kann man echt feiern. In seinen elf Jahren beim BVB hat Lukas Piszczek bewiesen, man muss kein Lautsprecher sein, um eine BVB-Legende zu werden. Es reicht völlig aus, einfach Lukas Piszczek zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017